hallo hallo meine jonas ist die hände ich bin auf dem servair ein servair ich bin preparing du bist preparing ich bin treitor ich bin treitor du auch sind alle drauf wer stirbt denn da? Pepsi also einer download ich weiß nicht warum diese Map erinnert mich immer an Schwimmbäder wieso schießt du für mich an? ja ich verstehs auch nicht ganz ehrlich die Map hat überhaupt nichts zu tun mit irgendein Schwimmbad das war gar kein Schwimmbad die Map erinnert mich immer an Schwimmbäder ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum willst du in Trackerfalle? willst du da reingehen? ähm du musst eh drauf drauf drück eh drauf und dann gehts hier auf wir wechseln Schlömmchen Schlömmchen wer war das hier? ich? was? ich? was? Tails halt die Sch*** ZEIBO ich komm zu ich bin bei Schlömmchen dieser Hohen Sohn verfolgt mich ich mach nix ja ich bin ja ja oh wer war das? oh mein Gott oh jetzt der Leiche wo? wo seid ihr Rale? ich bin hier alleine warte ich bin alleine hier mit ich hab den Namen nicht gelesen Herane 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 Lebst du noch? wenn du tot bist hältst du die Schnauze gell? da steht da Heraleine hopla oh mein Gott ich kann sie lesen ich kann sie lesen ich kann sie lesen ich kann sie lesen ich werde angeschossen ich werde angeschossen irgendwo von da oben er hat eben den wie heißt den Simon Simon hat den Simon getötet irgendwo oben ist einer der schieß mich die ganze Zeit an er hat dann auf mich gebadet ich bin fast tot welcher Simon ist denn? ich bin fast tot Simon hat den Simon gebadet ich hab mich dran Joga hey wollen wir nicht mal baden gehen oder so wollen wir rutschen gehen darf man nicht ich werde angeschossen von oben ich hab 2 und 3 Leben warte die Rutsche ist ein Traitor Tester oder? ja warum bist du fast tot ich rutsch trotzdem ja weil ich dann dann nicht warum bist du halt der Simon den der Simon ist egal ich rutschen links huiiiiiii erst hab ich nur ein Hoppy huiiiiiii Jonas ist er Al oh mein Gott Oh mein Gott ha 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 huiiiihihihihihihihihihihi Ja von Jonas, er ist da oben, er ist Traitor. Ich slime den die ganze Zeit jetzt. Das ist Jonas. Oben auf dem Dach da, wo man nur als Traitor hinkommt. Ich schrei des Todes. Ich freu mich, dass ich das auf Aufnahme habe. Weil ich den einen Team getötet habe, weil der einen anderen Team getötet hat. What the fuck, Alter. Ich bin fast tot. Es ist Jonas. Ich bin es echt nicht, der Traitor hat mich hier hoch gelassen. Ja klar. Der hat mich hier hoch gelassen, wirklich. Alles klar, ja, 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 ich glaub nicht. Der lacht wie ein Mädchen. Ja, er lacht wie Pepsi, Mann. Auf wen schießt du, say what? Auf Jonas, der ist da oben, Mann. Ich bin aber kein Traitor. Der ist da oben. Ich bin aber echt kein Traitor. Er ist oben, aber er ist gar nicht. Ich bin es nicht. Alter, seid ihr dumm? Wie könnt ihr ihm die ganze Zeit glauben? Oh Mann, ich wusste es. Ich bin es echt nicht. Ich weiß doch nicht mal, wo er ist. Ich weiß doch gar nicht, wo er ist. Ah, ich sehe die Küste von oben kommen. Alter, Itaron, bist du dumm? Wie oft soll ich das noch sagen? Was willst du, was willst du, was willst du? Kann ich dem da vertrauen? Kann ich dem da vertrauen? Ja klar, ich schieße die ganze Zeit Jonas ab jetzt Traitor. Ich hab mich aufs 11 Leben runter geschossen. Ich glaube nicht. Warte mal ganz kurz, die Aufnahme wurde abgefangen. Ist dieser Herr Jonas Traitor? Da hinten ist einer. Hallo. Äh, Herr Lene könnte es auch sein. Mann, jetzt lass ich überall Periode liegen. Ja, danke. Was? Alter. Lolli ist immer tot. Was? Ach nee. Gib mir nicht nach. Ich töte dich sonst. Lolli ist ne TMP. Ist das nicht der Traitor? Nein. Nein. Nee? Nein, ich hatte... Hast du denn überhaupt die Teckte? Ich hab ne Deckel. 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 Fütze. Fütze. Äh? Äh. Hallo? Hallo? Ahhhh. Hallo. Ich geh einfach. Tschüss. Wieso? Loll, da liegt auch nochmal eine. Ne, das ist der Simon. Der ist ja schon längst tot. Ist das drin für ne Musik? Musik? Oh. Loll, da kommt Wasser. Ah. Alles kaputt. Das ist wie Dupstep-Waffe. Wie heißt die Waffe nochmal? Dupstep. Du. Schäumchen, wo bist du? Das liegt voll alt. Sag ich dir nicht. Das ist... SWEETER! BAM! Ich wollte dich töten und du laufst mir hinterher. Mann. Ich kack dir ins Gesicht. Boah, ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab gefrien. Was war denn? Boah, ich bin so krass. Aber wie du dich erschrocken hast. Ich hab alle getötet. Und du? Ach Gott. Alter, Best Player EU. Warum hast du mich nicht getötet? Aber nur wer... Nächstes Mal töt dich, Twitter, wenn ich ihm zu nahe kommt. Und dann hab ich ihm einen Schuss gegeben. Und dann direkt tot. Ich hab mal keiner gesagt, dass Jonas tot ist. Ich hab gedacht, er liebt noch. Hallo. 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 Was ist mit deiner Aufnahme, Jonas? Hä? Mit deiner Aufnahme. Ich ist abgebrochen. Aber... Ich hab den Schrei drauf. Warum ist die abgebrochen? Ich bin auch so sicher auf F6 gekommen. Brahns. Brahns. Ich hab... Brahns Türsteher. Brahns Türsteher. Was ist du am besten? Hey, mal anrufen. Gib mir die Waffe. Jetzt kämpel gut. Piu, Piu. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, ich hab ne Handreife. Handreife. Und sie ist leer. Du willst ihn vielleicht auf den Tisch holen? Ey, es fehlt das. Ich hab ein Schuss gehört. Die macht die Fenster kaputt. Die ist ganz böse. Ich hab ein Schuss gehört. Die Baby, du sagst besser. Werechtun? Lol. Xaybot? Xaybot? Are you the real Xaybot? Xaybot? War das... Xaybot? Are you the real Xaybot? Oh mein Fake Xaybot? 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 Are you the real? Piu. Piu. Bisch. Pusch! Ja hab ich. Achiha! Echt so! Alter, das klang übel pervers, ne? Oh mein Gott, das klang das pervers. Holy Mother of God, klang das pervers. Schwämmchen ist tot. Oh mein Gott. Wo bin ich denn tot? Alter, war das pervers. Was kann ich denn dafür? Ich hab ne Disco, die ist auf mich zugeflogen. Ja, mach du. Äh, was macht sie? Warte, warte, warte. Let's see, let's see nicht auf mich. Äh, hinter dir. Nee, Traitor. Wie geht nochmal Traitor Shop alte 4, ne? Hallo, da liegt halt noch. Wenn ich sterbe, ist es... Svater, du bist es. Lauf Svater zu sagen, das ist ein Nerv. Ich nenne dich auch nicht Svater. Wie machen wir nochmal Fischer dann und aus? Ich glaub, es war Simon, Simon, Simon. Nein, ich glaub. Da liegt ne Leicht... Das war ne Rifle, ich hab nicht malen, ich hab ne AOG. War schon mit was wurde sie getötet? Mit Rifle wurde sie getötet. Ja, oben wahrscheinlich. Lauf, ich schwimme! Ich seh oben keinen. Wie sind da überall Leute tot? Simon, was hast du gemacht? Ich war das nicht, nicht auf mich schießen. Wie sagst du sie denn nicht? Die sind alle von der Rifle getötet worden. Ich hab ne AOG. Die sind von irgendwo da hinten, von dem Turm oder so. Das ist Taron, 100% dieser Fuhlensohn. LAL! Ey, Zeitwort. Was? Seh ich mal um. Schlömmchen. Was ist das? Da war's, da hinten, da hinten, hinten. Ne, ich hab nicht filmen können, ne? Leute, Leute. Es ist ein Wunder geschehen, ich bin drin. Was? T30 Brand? Ähm, süßi, süßi, süßi. Es ist, es ist im Wasser. Also nicht ich, ich bin auch im Wasser. Aber eher der andere im Wasser. Wasser, Wasser. Wasser. Ey, ich hab einfach alle gewonnen, schau dir gerade. Nicht reden, wenn du tot bist. Ist er tot? Also, ich bin... Innocent. Okay, ist das klar. Wie viele Tate haben wir? 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Wir haben noch 13 Leute in-game. Warte, Schütz. Wie heißt du? Warte, Schütze. 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 Was? Es sind voll viele Leichen. Es ist der T-30. Hier haben wir den Eis. Ähm... Schlömmchen, wo bist du? Nirgendwo. Ähm... Was steht nicht an? WTF? WTF? Das ist so ruhig. Hallo? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war das... Oh mein Gott. Halt euch mal die Schnauz, wenn du trincht... Der T-30. Ich bin ein Geist. Ich werde dich vervollen. Hallo? Hallo wo wo? Un gutes Gefühl. Schieß doch man! Ja was ist das? Ja! Wie lange brauchst du denn? Bitteschön! Hallo? Guten Abend! Wer ist jetzt neu? Ich bin jetzt drin. Mr. Nufflux, sag nochmal was. Ist er jetzt drin? Ist er jetzt drin? Ich bin hier. Ich mag deine Stimme. Mh, hält zusammen! Mh, hält zusammen! Mh, hält zusammen! Oh, ich bin deadly detective. Ich bin innocent. Innozent? Es tut mir auf. Ich hab bis jetzt nochmal meinen Aufnahmen durchlaufen müssen. Und ich hör mich, weil mich noch höchst. Bei Simon. Nicht bei SITI? Ne, bei Simon. Ja genau, bei dir Simon. Was? Was macht mir? Ja bei dir. Ja bei dir, Simon. Nicht der Simon, Simon. Nur Simon. Ja ja ja. Wow crazy mother fucker Haltung. Das kann sein dass ich meine Schüsse sparen. Wenn du ihn töst. In der Tat. Bringt es dazu, die Wachstumfasern der Haare zu verlängern. Hallo Wolverine. Wer tot ist, helft bitte die Klappe. Also bei mir steht der Traitor. Was soll ich jetzt machen? Ja dann tötest du ihn. Bei mir steht Traitor. Was soll ich denn machen? Ich würd sagen, die anderen töten. Ich würd sagen, die anderen töten. Ich würd sagen. Hey warte, hier ist ne Traitor Falle. Hier ist ne Traitor Falle. Drückt bitte alle E drauf. Und wenn sich die Tür öffnet. Hey wo denn? E. Hier. Ach komm, du bist ja nicht Traitor. In diesem Miniraum ist ne Traitor Falle. Was für ein Miniraum? Wolverine, hier komm zurück. Ja Moment, ich komm. Nein, ich komm nicht mehr hoch. Hä? Ist einer in den Traitor Raum gegangen. Ist einer hingegangen. Ist einer hingegangen. Ich hab keine Ahnung mehr drin. Ich bin weggegangen. Ist Simon? Ja, okay, komm. Alter, geh weg. Ey, ich will das nicht. Ey, warte, warte, geh nach. Wir alle dazwischen reden, Alter. Hey, hey, Hakata. 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 Oh shit. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ey, ich fass nicht. Ja, Kasimodo. Ich hasse mein Leben. Was ist das? Ich hasse mein Leben. Was ist das? Hey, Wolverine. Warst du grad im Traitor-Shop? Nein. Ich glaub, das war Swita. Ja, genau. Swita, Swita. Er war auf. Swita ist Traitor. Ja, ich hab Angst. Swita. So ne Verarsche hab ich ja selten gemacht. Genau. Swita war letztes Mal Traitor. Als ob sie nochmal Traitor wird. Geh gucken, ob sie es war. Meine Waffe liegt noch bei meiner Leiche. Was? Nice. War sie Traitor? Ja, sie war Traitor. Ich bin alleine mit Simon hier. Ich bin alleine mit Simon hier. Wie viele Traitor gibt's eigentlich? Ich bin der normale Schuss. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub Simon ist es. Ach so. Hey, hey, da hat jemand aktiviert. Da hat jemand aktiviert. Simon, geh weg von mir. Ich schlörmchen mach's nicht. Ich mach das Schlörmchen. Simon, geh weg von mir. Ich hab ahnen. Du, halt die Schnaussen. Ihr seid so laut. Mann, sie. Ich. Jungen, Süssi und Simon. Ah, ich hab einen Traitor gefüllt. Das war der Traitor. Das war der Traitor oder was? Geh weg. Ich will nochmal so klarstellen, ich bin safe, gell. Mano, warum seid ihr alle bei mir? Warum läuft mir jetzt? Ja, ich geh. Ich bin auch safe. Geht mir alle von mir weg. Ich geh doch schon weg. Da ich die Crow war. Drecklich wurde schon gekippt. What the fuck? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Simon. Warum? Hast du's grad gehört? Ich hab die nicht gekillt. Ich hab die nicht gekillt. Die lagen das nicht so. Irgendwer hat da CT gezündet. Die lagen das nicht so. Ich hör. Hey, jemand hat den Detective getötet. Warte mal. Was wurde der gekillt? Warte, wer war? Bleib stehen, bleib stehen. Wer bist du? Lol, ich bin alleine mit. Traitor, Traitor. Hier liegt ein toter Traitor. Hallo. Ich hab ne Shotgun. Ja, Lede. Zeig, zeig den Rassen. Ja, die hab ich auch. Weil ich den einen Traitor auf der Rutsche gekillt hab. Das hab ich aber nicht wollen. Das war der Detective und er hat nen Shotgun gehabt. Glaub ich dir mal. Pfff. Hat er mir grad alles gesagt. Also ich bin immer. Mann, ich such ne fucking normale. Schari hat ne zweite Secondary Waffen. Ja warte, komm mal mit auf die Rutsche. Das ist ein Traitor. Warnschützer. T-T-Tips. Warnschütter-Tips. Warnschütter-Tips. Leute, wer hat Dings zugemacht? Was? Was zu? Ja, die Pools sind zu. Aber das war ein Traitor. Aua. Ich hab Falsche angekommen. Ich hab Falsche angekommen. Du bist so blöd. Mann, ich lass jetzt wieder Periode. Alter. Ist Pepsi noch am Leben? Ich hab noch immer keine zweite Waffe. Das kann nicht sein. Pepsi? Pepsi ist tot, oder? Ich suche noch eine zweite Waffe. Ich suche noch, weil ich einen Traitor gekillt hab. Den auf der Rutsche unten. Simo. Pepsi, bist du überhaupt dabei? Nein, bist du ein Traitor? Nein. Pepsi ist voll die perverse, wie gesagt. Aber ich hab einen DNR gerne. Enjoy mal, Pepsi. Ververse als Pepsi geht's nicht. Ey, Simon und ein anderer haben grad geschossen, oder? Ja, ich hab geschossen. Und du hast geschossen. Ich hab auch einen DNR gerne. Wie funktioniert der? Also der liebe Herr, der wurde von der Shotgun gecaylt, ne? Ja. Ich hab einen Ratsch. Das ist die falsche. Ey, lass... Oh, krass. Das war übelst. Ey, wie kann's sein, dass noch so viele Leute leben und ich keinen einzigen sehe? Hä? Wer bist denn überhaupt? Wie heißt du ingame? Jetzt hab ich endlich ne Pistole. Alter, what the fuck. Ah doch, Pepsi lebt noch. Hier, Pepsi. Ja, ich bin noch hier. Hi. Bist du in oder traitor? Ich bin hier, Leute. Ich bin grad die Rutsche. Ich hab dich mit den Arzt gekämpft. Bleib mal stehen. Du willst mich töten? Komm mal mit. Nein. Ich will dich nicht töten. Doch, komm mal mit. Ja, okay, warte. Tu bist traitor, Alter. Ich will dich nicht töten. Oh. Nein, ich war traitor. Ich hab zu lange gewartet. Selbst schuld, du Opfer. Wer warst? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Boah. Hä? Ich hab zu lange gewartet. Du bist doch eben die ganze Zeit ins Meer gelaufen. Warum hast du dich nicht gekillt? Warum hast du dich nicht gekillt? Ich hab gedacht, ich töte dich nicht. Ich warte noch den richtigen Moment, aber der ist nicht gekommen. Leute, wir sind grad nicht gekommen. Wie du bist nicht dagegen? Ich hab' das'n'schwellen, vor allem so. Oh Gott. Ich glaube frei, oder? Oh Gott. Ohuhoh. Ich bin der Tlexus. Ich bin Ender. Ich bin Ender, Mann. Ich bin Ender Dragon. Ah, ah. Ich bin Ender Dragon. Ich bin weg, Leute. Leute, ich bin Traitor. Ich bin Traitor. Ich bin Traitor. Leute, ich bin Ender, ein Traitor, ok? Ich bin Traitor. Ich bin unschuliger Traitor, ok? Ich bin Ender, ein Detektor und ein Traitor. Ich bin Traitor. Ich bin Traitor Leute 100%ig No Scam, No Scam Ich bin Traitor Ich bin echt Traitor Ich bin absolut Traitor Ich bin der Traitor, dass der Traitor den Skript Da ist jemand, da ist jung Süßli Man sitzt einfach alleine mit der Waffe Ich vertrau dir, ich vertrau dir Ich vertrau dir Hier ist ein Kevin Wo ist der Kevin? Wenn ich da bin, Wolverine Ey, wenn ich die ganzen Tische kaputt mache Warte, bleib da drin, bleib da drin Ich mach die ganzen Tische kaputt Und dann kann keiner zu dir reinkommen Süßli, ich helf dir Wenn ich alle Tische kaputt mache, dann kann keiner keinen kommen Achso, das Ey, ich wurde schon wieder angeschossen Süßli und ich sind Traitor Sorry Bro Das ist fast wrestling Also was verloren Getting exposed Auf der Warte Mann Da stirbst du jetzt Ey, okay, okay, warte Wir machen fast Waldschuss Wir machen fast Waldschuss Hey, Herr Rene krieg ich die Waffe Herr Rene, geh weg Oh mein Go Hier, krieg ich die Waffe Krieg ich die Gib's mir Nein Gib's mir Gib mir die Waffe Lol Was hast du ihn getötet? Was hast du ihn getötet? Was hast du ihn getötet? Wer hat ihn getötet? Ey, nein Ich will mit Spaß haben Ich will mit Spaß haben Wer hat dich getötet? Ey, Hilfe, 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 Hilfe Nein, nein Der ist auch rausgelaufen Jeder schießt hier, what the fuck Warum hast du den getötet? Hi, Port Wieso hast du ihn nur erschossen? Der hat auf ihn hier geschossen? Auf Jonas Und ich hab ihn denn erschossen Er wäre auch in der Unesens Ja, warum ist das denn? Entschuldigung, 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 Entschuldigung Okay, Claps, hier ist es Ich hab die Stimmversuchung bei deiner Wichtel Er, wo ist er, wo ist er, wo ist er Ich hab, wo ist er Blämmchen, hier, Lämmchen Oh mein Gott Waaaah Blämmchen Blämmchen Es ist Blämmchen Sorry, Blämmchen Was denn? Was denn? Diese Animation, wenn du schwimmst Ich hab Schlämmchen gekündigt Ja, ja Äh, in den Text Zeig mir das nachher, gib mir die Aufnahme Nein wird das auch nicht es gibt es wieder zu zeigen er hat sich auf dem Weg um die Hälfte wer liebt das auch alles ich lebe dann ist auch m diese Welt zu fünft und das ist die Monatschaffung Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Oh, das ist so was. Ey, ich muss mal weg. Oh, ich noch ein schönes Spiel. Tschüss. Servus, hau rein. Ciao. User disconnected from your channel. Jonas, wo bist du? Hoffenheim, ich hab nicht reden. Guck im Wasser dieses Fass. Ja, wir leben jetzt doch alles. Ja. Wo ist es? Am Spawn. Und Brandschutz. Irgendwas mit Brandschutzdingens da. Ja, was ist mit mir? Sie lebt auch noch. Siehst du das Fass? Jonas. Jonas. Siehst du dieses Fass im Wasser? Am Spawn. Guck jetzt mal. Ja. Was machst du immer, Helene? Es macht Spaß. Also, wer lebt alles noch? Hier liegt wohl Simon. Ich glaube, ich wurde angesnipert, oder? Oh! Stopp-Snipe. Warte. Hey Helene. Wo bist du? Ah! Swetter! Flieg und Sieg! Komm, ich wollte... Ehm... Stäumchen mit dem Beleg. Hey, Sabat, ich bin da. Nice. Ich hab's geschafft. Ich fand diese Autosnipe hat schon richtig. So Leute, mit meiner Folge war's. Ich werde jetzt zusammenschneiden und auch splitten oder was auch immer. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich nehme ja rüber. Ah! I feel good. I knew that I would not.